... gespielt, die eine Einstellung von vorne, gefühlt, weil der Ball hier ja so weiterläuft. Also er kriegt ja keine neue Drehung, keine neue Bewegung, sondern der rollt ja weiter. Und auch hier, nee, er stellt das Bein. Also das, wenn du das siehst, ist es ein Elfmeter. Möglichkeit, Doppelpack, ja.